Wer will denn zuerst? Wer will denn zuerst? Wie heißt das hier? Klasse! Willst du bei Mama auf den Schoß? Ja? Ja, am besten bei Mama auf den Schoß. Du machst immer locker den Arm und das Pieks und gleich kannst du dir was Süßes suchen. Klasse! Klasse! Willst du bei Mama auf den Schoß? Ja, wieso. Super! Sekarang kakak. Du kannst auch auf den Schoß mit Mama oder nicht? Das ist ein Schoß geworden. Das ist ein Schoß. 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 Das ist ein Schoß für dich. Hast du toll gemacht. Schon vorbei. Richtig, richtig gut. Klasse! Willst du auch ein Klasse haben? Ja. Wester haben wir nicht? Ja. Super. Dann kannst du ein bisschen unterhalten. Ja. Danke schön. Ja. Danke schön. Ja. Hier, hier. Batman. Batman. Ruhe. Da haben wir auch alles auf. Lasst uns welche aus. Ja. Da haben wir ja. Vielen Dank.